herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von wolfenstein das ist hier auf dem kanal danke dass ihr eingeschaltet habt wir sind unterwegs in new york new york new york rüstung gibt der tag ist ja alleine auf das ist mal ganz gut und 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 das nein 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 nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht weil ich im scheiß tür haben hängen geblieben bin das nervt das hat mich jetzt schon mehrmals genervt dass man irgendwo an irgendwelche stellen hängen bleibt was jetzt hallo schlank Ich hänge schon wieder. Ich hänge schon wieder an diesem scheiß fucking Türrahmen. Die gleiche Stelle war das. Das war schon wieder dumm. Es nervt mich ein bisschen, dass du ständig an irgendwelche... ...ständig an irgendwelche Stellen hängen bleibst. Was mich auch immer noch ein bisschen nervt, aber das ist ja schon immer so gewesen, dass sie, dass die einfach mal nicht die... Wenn du einmal entdeckt wurdest, bist du entdeckt worden, dass du aber mal vielleicht mal so'n bisschen... ...dich zurückziehen kannst und die dich dann... Ja gut, das macht auch wenig Sinn. Ich wollte den Gegner auch so lange suchen, bis er tot ist. Ich will das Vita 1000 ausschalten. Ich brauche irgendwie noch ein Sniper-Gewehr unbedingt. Ich dachte, der ist hingefallen. Das ist aber nett. Das ist tot. So, was ist denn dieser Scheiß? Das ist tot. Das ist tot. Alter, ich bin fast tot. Ich hab... Ich hab ein... Das war klar. Ich wollte grad sagen, ich hab ein Aiming... im Moment... Es ist... Ich... Keine Ahnung, woran das liegt. Ich hab grad liegt. Ja... Das hat die O-Bahn... 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 Ich hätte ganz noch ein bisschen mehr Rüstung. ich habe doch weit über die treppe hinaus ich habe das ding die kanal das immer von einer treppenstufe explodiert das macht doch keinen sinn was schon noch mal gebaut kann Langer Weg zum State Building. Carolina, erleuchten Sie mir den Weg. Sind das, hey, ich dachte, das wären so Zombie-Hunde. Das sind Regime-Hunde. Das ist bestimmt auch übelst du hier Zeug versteckt oder so. So eine Waffenerweiterung, wovon ich ja gerne mal noch eine oder so gefunden hätte. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken. Äh, Alligator. Verdammt, hätte auf Bambarte hören sollen. Okay. Okay. Ach so. Auch wenn es nicht viel ist. Das ist nur Hilfe. Nee, ist aber noch nicht so gut. Okay. Okay. Schöne Müll entsorgt. Hä, wie geil. Schön der Müll entsorgt. Irgendwie muss man diesen alten Zug doch in Gang kriegen. So. 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 Toastmetros kommenffekt? Dann on,073 kgf, die haben einen Verbesserer? Dann würde ich mal Sturmgewehr gerne? Doppelmagazin. Suchen wir die Steuerung und schauen ob er läuft. ok da ist die steuerung so schön die falsche Richtung gelaufen ich bin so ein zudem manchmal zu fahren ach so ist weg fahren und Was liegt da noch? Ach, so viel Rüstung, wo man hier? Guck mal, warum nimmt er da nicht die Rüstung auf? Wer sagt er? Okay. Ich dachte, wir fahren jetzt irgendwie mit dem Zug, aber es geht nur dabei, den aus dem Weg zu fahren. Ah, jetzt darf man Zug fahren. Ach, scheiße. Scheiße. Total unauffällig. Ignorier den Schmerz. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. Hey, Cap. Sie sollten wissen... Oh, wow. Diese Sterne. Anja, sehen Sie das? So hell, so wissend. Scheiße. Sie werden kleiner und sie werden größer. Williabett, Wyatt ist verschwunden. Irgendwohin. Ich übernehme jetzt. Auf der 5th Avenue sollte das State Building ganz in der Nähe sein. Dann, 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 wo ist er? Alter, ich sehe hier gar nichts. Das ist kein Sinn. Eins auf, dass er da nicht hoch springen kann. Oh Gott. Wie, Jungs, Liga, ist denn egal. Okay. Ich will hier noch einen rumlaufen. Da. Da. Oh! Scheiße. Ich hänge schon wieder irgendwo. Ich bleib immer irgendwo hängen. Das nervt mich so dermaßen. Das glaubt ihr gar nicht. Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Das ist kein Geil. Ihr wollt mich doch verarschen. Na, Großer. Willst du sehen, was der alte Mann drauf hat? Ist das, was der große Mann drauf hat? Das ist ein Schein. Ich bin ein Schein. Ich bin ein Schein. Ich bin ein Schein. Ja klar, ja, ich hab's gebeten, ich hab's gebeten, ich möchte sagen, ich hab's gebeten, ich hab's gebeten, ich hab's gebeten. Wir können ja einzelne Körperteile abschießen, ey. Geh rein! Da hat die Musik dazu. Die sind dir rausgefallen, mein Freund. Das Level ist ein bisschen strange designed hier. Da oben. Ich glaub wir sind, ach ne, da geht's weiter, ich wollte schon sagen, ich glaub wir sind ja... Oh Gott, das kommt mir auch schon wieder so ein bisschen arena-mäßig hier vor. Das ist aber auch ein Alarm-Ding hier. Achso, da sind wir wieder. Wenn ich die Richtung hier... Wenn ich die Richtung hier... Was für das? Wie komm ich denn da hoch, verdammte Axt? Ich hänge, ich hänge schon wieder irgendwo... Das nervt mich ein bisschen. Warte mal, hier sieht's aus. Also, dass man an jeder Ecke irgendwie immer ein bisschen hängen bleibt, das nervt mich ein bisschen. Der hat so komische Geräusche gemacht. Ja, geht doch mal hoch! Warum? Warum? Ey, da... Ernsthaft? Ja, hier, manchmal... Das ist eine 10 cm Unterschiedshöhe. Da kann doch keiner hochklettern. Ach, der wollte nur, dass ich hier nochmal reingehe. Alles klar! Verbesserungskit! Bum bum bum! Was haben wir denn hier? Super Ladung! Verkürzeter Tank! Nein, ich will aber erstmal... Finde einen Weg zur Spitze des State Buildings und nimm Kontakt mit der State Buildings. Widerstandsgruppe auf. Oh, stimmt. Such nach Aufzügen, Treppen oder so. Die Strahlung dürfte oben im Gebäude nachlassen. Ja, machen wir aber nicht mehr heute, meine lieben Leute. Wenn's euch gefallen hat, schreibt's in die Kommentare, gebt mir doch nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Wolfenstein hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen, ciao!